Thomas Gottschalk und Thea sind bereits seit 2019 getrennt. Nun sind sie endlich auch geschieden. Und das freut besonders eine. Thomas Gottschalk, 73, und seiner Frau Thea, 79, sind endlich offiziell geschieden. Bereits seit März 2019 sind sie getrennt. Der Wetten, das Moderator ist inzwischen auch wieder glücklich vergeben. Doch die Formalitäten hat das Ex-Paar vor sich hergeschoben. Jetzt ist die Scheidung endlich durch und der 73-Jährige ist frei für seine Karina Amross, 62. Es stimmt, wir sind seit heute Nachmittag glücklich geschieden. Am vergangenen Dienstag trafen sich Thomas Gottschalk und Thea im Amtsgericht in München. Nach nur zwölf Minuten war die Scheidung durch, sie verließen als frisches Ex-Ehepaar das Gebäude, und das musste natürlich gefeiert werden. Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin hat der Moderator in dem beliebten Promi-Restaurant Käferschenke auf seine neue Freiheit angestoßen. Auch, wenn die Trennung bereits einige Jahre her ist, ist es für das verliebte Paar erlösend, nun auch das Formelle hinter sich zu haben. Thea und ich sind einvernehmlich und rechtskräftig geschieden. Wir bitten, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Wir sind seit fünf Jahren getrennt, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir gehetzt hätten, sagte Thomas Gottschalk gegenüber Bild.